Herzlich willkommen zum Vortrag von Stefan Herritsch und Arne Schubert. Es wird im Folgenden um die plattformübergreifende Arbeit mit Geodaten oder mit Geoanwendung gehen. Ja, hallo zusammen. Wir stellen heute unser Framework Leaflet NG2 vor. Eine Integration von Leaflet in Angular 2. Erstmal zum Ablauf des Vortrags. Wir wollten zuerst einmal unser Development-Team Jager kurz vorstellen, wer wir sind, was wir so machen. Dann das Modul, um das es hier eigentlich heute im Vortrag geht, eben Leaflet NG2. Dann wollten wir quasi kurz und knapp direkt in ein paar Beispiele eingehen und so vor allen Dingen mal zeigen, was man damit tatsächlich umsetzen kann. Kurz mal zeigen, wie das Ganze dann, weil das war einer der Hintergründe, das in eine mobile App bringen kann und darstellen kann. Und zum Schluss noch einen kurzen Ausblick, wie es mit dem Projekt jetzt in näherer Zukunft weitergehen soll und noch mal kurz zusammenfassen, was denn jetzt wirklich Leaflet NG2 ist und kann. Fangen wir erstmal an. Wir sind das Jager-Development-Team. Wir haben eine Sammlung von verschiedenen Tools, Modulen und Projekten gemacht. Viele davon als Open-Source-Projekte. Zunächst erstmal zu meiner Person. Ich bin Arno Schubert, Entwickler bei der Wehrgroup. Dann haben wir noch den Markus Strauß, der heute leider nicht mit dabei sein kann. Und mein Mitredner Stefan Herritsch. So, zur quasi mehr oder weniger Geschichte des Moduls. Angular 2 hatten wir schon lange immer mal im Auge gehabt und angeguckt. Da gab es aber doch noch einige Änderungen, gerade in der Release-Kandidat-Phase. Da konnte man wirklich fast, fand ich, mit jedem Release-Kandidat seinen Code quasi fast noch mal neu schreiben. Im September 2016 haben sie es dann zum Glück endlich released und nach meiner Meinung auch viele Punkte, die mir in den Release-Kandidaten vorher nicht so gefallen haben, noch behoben. Ich finde es durchweg ein super gelungenes Framework. Wir haben dann mit unserem Projekt selber im November 2016 gestartet. Also relativ spät eigentlich erst. Also zumindest mit der Integration von Leaflet in Angular 2. Wir hatten vorher schon ein paar Versuche gestartet, das eben in Angular 1 zu integrieren. Und im Dezember 2016 ist dann auch Ionic 2 herausgekommen. Was noch mal als Information recht wichtig ist, weil auf dessen Basis man eben recht gut diese mobilen Anwendungen erstellen kann. So, genau. Und der Release unseres Moduls ist für Sommer 2017 geplant. Wir haben auch noch einen Vortrag auf der PhosphorG Europe eingereicht, wo wir dann hoffen, im Zuge dessen auch unser Modul voll releasen zu können. Wobei wir jetzt bisher in dem Release-Kandidat, denke ich mal, vieles schon fertig haben. Uns fehlen aber noch so ein paar Sachen, was Dokumentation und ein paar Beispiele. Wir hatten eigentlich den Anspruch, dass es wirklich zu jeder Directive, die wir gemacht haben, auch ein Beispiel gibt, was man sich angucken kann. So, was ist das Modul? Leaflet ng2 ist eine granulare Integration von Leaflet in Angular 2. Granular deswegen, weil wir wirklich tatsächlich versucht haben, für jedes Element oder im Endeffekt für jede Klasse, die Leaflet bereitstellt, eine Directive anbieten zu können. Also wir wollten nicht, wie viele andere, die ich jetzt vor allen Dingen eigentlich nur aus der Angular 1-Welt kenne, eine Leaflet-Directive haben, auf die ich dann nachher irgendwie zugreifen kann muss oder wie auch immer. Sondern wir wollten das ganz granular halten, dass man also einen Teillayer hinzufügt oder einen WMS-Layer hinzufügt, eine Geometrie und so weiter und so fort. Wir orientieren uns dabei möglichst an der originalen Leaflet-Namensgebung. Das hat auch in so gut wie allen Fällen funktioniert. Es gibt nur ein paar kleinere Ausnahmen. Und das hatten wir halt eben hauptsächlich extra gemacht, damit man sich auch als, sagen wir mal, Leaflet-Entwickler, der mit Leaflet schon ein bisschen was gearbeitet hat, auch möglichst schnell in das Modul einarbeiten kann. Und hat uns natürlich auch die Arbeit ein bisschen erleichtert. Wir müssen ja nicht hier irgendwie das Rad neu erfinden. Im Endeffekt habe ich das jetzt schon quasi fast gesagt. Also wir haben den möglichst kompletten Funktionsanfang von Leaflet, also zumindest was an UI-Elementen da sind, also Marker und so weiter, haben wir zum Beispiel dann auch als Directive gemacht. Was intern nur genutzt wird, wenn man so will, als Meta-Klasse oder wie auch immer, also ein Punkt- oder also Point-Klasse, die haben wir natürlich nicht umgesetzt. Die können wir aber auch als solches nicht im Webfrontend irgendwie darstellen. So, und wir sind im Endeffekt hingegangen und haben alle Optionen, die Leaflet bereitstellt, bei der Erstellung einer Klasse, also des Objektes aus der Klasse, mit Input-Decorators aus der Angular-Welt versehen. Haben sogar noch im Nachhinein darauf geachtet, wenn Leaflet quasi gewisse Werte und Eigenschaften nicht verändern kann, dass wir trotzdem die Möglichkeit bieten, das hier in der Angular-Directive noch nachträglich ändern zu können. Der typische Weg wäre ja sonst in Leaflet, man wirft das Objekt quasi weg und erstellt es mit neuen Optionen und so weiter wieder neu. Das wollten wir nicht. Aber sobald Leaflet eine Möglichkeit gibt, Werte in irgendeiner Form zu ändern, haben wir auch einen Output-Decorator, so nennt sich das dort, hinzugefügt. Was quasi dem Datenmodell auch Bescheid geben kann, dass sich da Änderungen ergeben haben, sodass es quasi egal ist, ob ich die Daten, sagen wir mal, über den typischen Angular-Weg verändere oder über den, sagen wir mal, typischen Leaflet-Weg. Das war uns unter anderem deswegen wichtig, weil wir auch zum Beispiel Leaflet-Extensions nutzen wollten. Die sollten aber dann auch trotzdem in unserem Angular-Modell funktionieren können, ohne dass ich da jetzt nochmal irgendwie auf Inkompatibilitäten oder ähnliches stoße. Das Modul selber ist auf GitHub entwickelt. Wir haben eine Organisation auf NPM gegründet, wo man sich die ganzen Sachen auch für Node.js direkt als Modul runterladen kann. Im Endeffekt haben wir auch noch einen Projektserver eingerichtet, den man unter der unten stehenden Adresse erreichen kann. Da sind wir zwar auch noch nicht auf den Index-Seiten ganz so weit, dass das alles ganz schön aussieht. Ich hoffe, da schaffen wir dann auch bis Mitte des Jahres, dass das noch ein bisschen besser, schöner angepasst ist. Aber das Wichtigste ist eigentlich schon mal drauf. Also wir haben eine Dokumentation, die zwar auch noch nicht komplett fertig geschrieben ist, aber man kann sie soweit schon mal einsehen, erstellt mit TypeDoc und haben eigentlich zu jeder einzelnen Directive vor, ein Beispiel auch zu schreiben, dass man sich das da einfach direkt im Webbrowser angucken kann. Darüber hinaus ist auch zu jeder einzelnen Version, die wir rausgebracht haben, dort die Software-Tests und Test-Coverage, die bei gerade auch 99 Prozent liegt, nochmal einzusehen. So, wie benutze ich jetzt im Endeffekt das Modul? Ich gehe jetzt einfach mal so grob davon aus, wir starten mit einem Projekt. Wir müssen natürlich als erstes das Modul dann selber über npm installieren. Wer Node kennt, der weiß ganz einfach, das geht über npm install. Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass man das auch hoffentlich dann immer weiter nutzt und deswegen will man das auch in seiner Package-Stacion abspeichern. Deswegen habe ich mal das Safe mit dazu geschrieben. Ja, und dann, das ist eventuell nicht für alle Leute so bekannt, aber ich denke mal für die, die mit Angular vor allen Dingen in der zweiten Version gearbeitet haben, wahrscheinlich doch bekannt, dass es diese Organization-Namespaces gibt, in unserem Fall eben Jager, deswegen dieses Add Jager davor und dahinter eben das Modul Leaflet ng2. Wenn ich das ein bisschen durchrattern lasse, geht es zwar nicht ganz so schnell wie hier mit mir mit einem Klick, aber dann sieht das danach in etwa so aus, dass er die entsprechenden Module installiert hat. Hier muss ich noch sagen, für Release-Kandidat 3, aber extra für die Foskis haben wir auch noch einen Release-Kandidaten 4 rausgebracht. Ja, hier habe ich jetzt einfach mal nur ein ganz einfaches Beispiel. Also auch die anderen Beispiele, die ich erstellt hatte, hatte ich absichtlich extra versucht, quasi alles in eine Datei reinzuschreiben, weil es eben nur kleine Beispiele sind, die einfach explizit nur auf einen kleinen Punkt eingehen. So würde ich natürlich nicht produktiv arbeiten. Wir haben jetzt hier unten in der App-Component noch ein paar Properties schon mal hinzugefügt, die wir im Laufe unseres Vortrags und den Sachen, die wir da eintragen, schon brauchen. Für die erste Version ist es jetzt eigentlich noch nicht so wichtig. Als kleinen Hinweis, ich habe extra auf der GitHub-Seite des Projektes eine Branch erstellt mit dem Namen Example Passau, da kann man sich das auch noch mal ganz kleinschrittig quasi angucken, was wir jetzt hier am Bildschirm zeigen. Sonst kann man sich das auch noch mal auschecken und einfach Stück für Stück probieren. Oder aber über den Pull-Request 196, dann sieht man es vielleicht auf GitHub noch schöner, weil man ja alle entsprechenden Commits dazu aufgelistet sieht. Ja, und alle weiteren Ausführungen, die jetzt zunächst erstmal kommen, betreffen, hauptsächlich die Elemente, die eben hier unter Template, ich weiß nicht, geht hier die Maus? Ja, genau, also alles, was sich quasi hier befindet. Also ich habe den Rest extra ausgeblendet, damit wir jetzt hier nicht immer so viel Text haben und dass man sich wirklich auf die Änderungen, die man da machen muss, um einfach eine einfache Map zu erstellen, wichtig sind. Und das wird Ihnen jetzt der Steve dann erstmal zeigen. So, ich zeige jetzt einfach mal, wie man eine ganz einfache, simple Karte baut und das machen wir jetzt einfach Stück für Stück. Und da haben wir jetzt gerade wie angekündigt dieses Template genommen mit einer Jager-Map, die wir jetzt mal stellen, wo jetzt im Prinzip alles reinkommt. Und dann brauchen wir jetzt im Prinzip noch Koordinaten und ein Zoom-Level, auf der wir die Karte hinterher starten wollen. Dann wollen wir irgendwie auch was sehen. und dann wollen wir auch noch eine Karte sehen. Wir wollen nicht einfach nur irgendwie ein graues Bild sehen. Und dann haben wir uns entschieden gehabt, wir nehmen einfach einen Teil-Layer, den wir jetzt noch einfügen. Und das funktioniert jetzt im Prinzip ähnlich wie bei der Map. Man kann im Prinzip immer diese Text benutzen und dann dahinter dann Optionen letztendlich schreiben. In dem Fall haben wir jetzt den Jager-Teil-Layer, haben da als Option URL und der Attribution und dann wird das Ganze wieder geschlossen. So, und dann würde unser Beispiel schon mal so aussehen. Fairerweise muss man dazu jetzt noch sagen, man muss im CSS jetzt noch eine Höhe für die Karte angeben, sonst hätte wird man die gar nicht sehen. Aber das wäre jetzt erstmal so unsere erste simple Karte. So, das reicht uns ja noch nicht aus. In der Regel sehen die Karten ein bisschen schöner aus. Und deswegen fügen wir jetzt als nächstes noch auf dieselbe Art und Weise noch die Controls von Leaflet hinzu. In dem Fall jetzt ein Zoom-Control, ein Scale-Control und ein Attribution-Control. Beim Scale-Control haben wir wieder die Optionen. Wir haben dann quasi gesagt, wir möchten gerne das miedrig darstellen und nicht in Fuß und dann würde unsere Karte mittlerweile schon so aussehen. So, aber das ist jetzt erstmal noch nichts Besonderes, sondern wir bauen die Karte jetzt noch weiter. Wir wollen ja irgendwie noch ein schönes Beispiel haben. Dann haben wir uns überlegt, was machen wir jetzt? Wir nehmen einfach noch einen Marker, den wir auf die Karte setzen. Den Marker, den fügen wir jetzt ähnlich hinzu wie die anderen Sachen. Im Prinzip dann auch wieder mit dem Marker-Attribut und dann mit dem Marker-Tag und dann gibt es da drin als Option eine Position, die der ganze Punkt haben soll. So, aber das ist jetzt erstmal auch noch langweilig. Wir wollten das noch ein bisschen weitermachen. Und zwar haben wir gesagt gehabt, der Marker soll auch noch ein Pop-up bekommen. So, und dann haben wir jetzt im Prinzip in dem Marker haben wir jetzt einen Jager-Pop-up reingesetzt mit einer ganz simplen Überschrift und einem ganz einfachen Text erstmal. Dann sieht unsere Karte bisher so aus. Ist jetzt aber auch noch nicht so was super Außergewöhnliches. So, und dann haben wir uns auch festgestellt gehabt, so, ja, da ist Passau, aber irgendwie ist da doch nicht ganz Passau. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt gehabt, wir wollen im Prinzip jetzt in dem Pop-up sagen können, dass wir das Ganze verschieben wollen, raggable machen wollen. Und da haben wir jetzt im Prinzip bei dem Jager-Marker haben wir dazu geschrieben, dass der trackable sein soll. Und dann haben wir in dem Pop-up dazu geschrieben, quasi, dass man irgendwie eine Anzeige hat, dass man es editieren will. Und dann haben wir gesagt gehabt, so, man kann eine Checkbox machen, da kann man editieren, an- und ausschalten. Dann sieht das erstmal so auf der Karte aus. Aber wir haben gesagt gehabt, einfach nur den Marker zu verschieben, ist jetzt ein bisschen langweilig. Wir wollten ja auch noch ein bisschen was mit Two-Way-Data-Binding zeigen. Und deswegen haben wir gesagt gehabt, möchten wir diese Editier-Funktion erstmal noch ein bisschen ausbauen. So, dann haben wir jetzt gesagt gehabt, was wollen wir machen? Wir wollen den jetzt nicht nur verschieben, sondern wir wollen auch eine Möglichkeit haben, die Position, also spezielles Koordinaten konkret in das Pop-up eingeben zu können. Oder halt einfach die, das werde ich gleich zeigen, die Position halt eben einfach, ja, im Pop-up quasi den Koordinaten abzuändern. Und dann haben wir gesagt gehabt, so, der Text, der ist ja erstmal ganz schön. Hier ist Passau oder das ist Passau. Das kann auch irgendwas anderes sein. Das heißt, wir sind jetzt hingegangen, haben gesagt gehabt, so, den Text, was das jetzt ist, der Marker, den möchten wir auch noch abändern. So, und dann sind wir jetzt hingegangen, haben jetzt im Prinzip Input-Felder gemacht, wo man diese Eingaben tätigen kann. Und das sind dann im Prinzip, waren jetzt, sage ich mal, die Koordinaten. Da werde ich gleich auch nochmal als Beispiel vorführen. Das ist dann im Prinzip Two-Wake-Data-Binded. So, jetzt zeige ich erstmal, wie das Ganze aussieht. Und zwar würde jetzt unser Pop-up, wenn wir jetzt die Checkbox anklicken und das editierbar machen wollen, so bisher aussehen. So, weil das jetzt erstmal nur eine PowerPoint-Präsentation ist, zeige ich das jetzt einfach mal als konkretes Beispiel. So, und hier hätten wir jetzt unser Beispiel. Wir hätten jetzt hier unseren, ein bisschen klein. So, hätten wir jetzt hier im Prinzip unser Pop-up, was wir uns dann nach und nach aufgebaut haben. Wir haben festgestellt gehabt, das ist ja gar nicht Passau. Dann haben wir gesagt gehabt, wir wollen das Ganze trackable machen. Das heißt, wir können jetzt den Marker einfach auf Passau einfach mal schieben und können dann wieder aufs Pop-up draufdrücken. Und wir haben jetzt auch gesagt gehabt, wir wollen die Koordinaten einfach mal verändern können. So, das mache ich einfach mal. Ich könnte jetzt einfach Koordinaten als Zahl eingeben. Ich kann es aber auch einfach hier die ganze Sache verschieben und stelle dann hinterher fest, das ist jetzt ja gar nicht mehr Passau. Wir sind ja mittlerweile jetzt in Österreich. So, und man sieht, in dem Moment, wo ich die Eingabe mache, verändert sich das auch letztendlich im Pop-up. In dem Moment, wo ich die Koordinaten verändere, verändert sich der Punkt auf der Karte. In dem Moment, wo ich den Punkt verschiebe, würden sich jetzt auch die angezeichneten Koordinaten verändern, wenn ich die jetzt dargestellt hätte. Nur bei dem Beispiel ist es leider so, dass in dem Moment, wo ich den Punkt verschiebe, ist das Pop-up leider geschlossen. Aber wenn ich das jetzt unten anzeigen würde, wäre das, sage ich mal, durchaus einsehbar. Und das Ganze gibt es auch im Prinzip als Beispiel auf unserem Projektserver. Und dann gehe ich wieder zurück in die Präsentation. Soweit für unsere Live-Beispiele. Das war die Falsche, oder? Ich glaube, das ist die andere Plätze. Nee, geh noch mal rüber. Der dritte. Nee, nee. So, da sind wir wieder in der Präsentation. Und so, das Ganze, wir haben jetzt ja gesehen, ist jetzt erst mal im Browser dargestellt. Und jetzt haben wir gesagt, man kann das ja auch plattformübergreifend machen mit IONIQ 2. Das heißt, man kann einfach jetzt ein IONIQ-Projekt machen. Dort dann letztendlich, wie gesagt, einen Jager installieren. Und das könnte man dann sagen in IONIQ, dass man es auf den verschiedenen Plattformen quasi abspeichern möchte. So, das Ganze ist jetzt im Prinzip ein Beispiel. Das sind jetzt Screenshots von Beispielen, wo wir jetzt ein Gerät rumgelegt haben. Was dahinter steckt, ist es wirklich, dass es tatsächlich auch in IONIQ gemacht wurde. Das zeigen wir jetzt hier in dem Vortrag nicht. Was man jetzt hier ganz gut sieht an den Beispielen, ist halt eben, dass das an die Geräte so ein bisschen angepasst ist, an dieses typische Look und Feel. Da hilft uns halt eben IONIQ vor allen Dingen bei. Und man sieht jetzt zum Beispiel, das erste ist jetzt quasi das Android-Metriebssystem. Da sieht man zum Beispiel auch unten, sind die Symbole angeordnet. Das ist dann dieses typische Map-Symbol, was Android benutzt. Dann das zweite ist jetzt Apple. Da ist quasi auch schon ein anderes Symbol und auch das Ganze ist anders angeordnet. Und noch mehr sieht man es dann hinterher bei Windows. Da sind dann oben die typischerweise die ganzen Schaltflächen. So, und so könnte man dann quasi damit jetzt eine ganz einfache, simple App machen, die dann quasi sich genau an diese einzelnen Betriebssysteme anpasst. Und man kann jetzt ja die verschiedenen Vorteile von dem Two-Wide-Data-Binding einsetzen noch. So. Und die Ausgleichung willst du machen, ne? Ja. War ich ruhig. Also, genau. Wie gesagt, der Release ist geplant für Sommer 2017, wahrscheinlich auf der Phosphor-G Europe. Es ist prinzipiell möglich, Erweiterungen zu schreiben. Es ist aber absichtlich von uns nicht gewünscht oder ist natürlich von uns so realisiert worden, dass dieses Modul Leaflet NG2 mehr kann, sondern es soll wirklich exakt nur das darstellen, was Leaflet auch kann. Andere Erweiterungen, wie zum Beispiel ein Offline-Storage, ein Digitizer für Vector- oder Rasterdaten oder eben auch Geolocation, was Leaflet selber nicht anbietet, soll nicht Teil dieses Moduls sein, aber kann durchaus in andere Module integriert und dann gemeinsam quasi genutzt werden. Nochmal kurz zusammengefasst, Leaflet NG2 ist eben eine granulare Integration von Leaflet in Angular 2. Man kann das mit Ionic 2 plattformübergreifend Anwendungen für Mobilgeräte vor allen Dingen erstellen und durch die modulare Struktur, die sowohl Angular als auch wir vorgegeben haben mit dem Modul, ist es eben leicht möglich, Sachen zu erweitern. Hier nochmal kurz alle wichtigen Links, auch zu anderen Frameworks wie Angular, Ionic und so weiter, aber auch zu unseren eigenen Ressourcen. Soweit wären wir dann mit dem Vortrag. Wenn dann sonst noch Fragen sind, stehen wir gerne dafür bereit. Ja, gibt es Fragen zu dem Vortrag? Macht Nokia immer noch Mobiltelefone? Nee, ich habe auch noch eine richtige Frage. Für die Typendefinitionen, ich glaube, soweit ich gesehen habe, war da auch eine der Dependencies auf NPM, waren die Typendefinitionen für TypeScript für Leaflet. Wie schätzt ihr den Aufwand ein? Ich glaube, für Open Layers gibt es diese zum Beispiel noch nicht oder auch für andere Leaflet-Plugins. Wie schätzt ihr den Aufwand ein, das für andere Plugins auch zu benutzen? Ja, also es kommt jetzt natürlich darauf an. Es ist schwierig für alle Plattformen direkt zu sagen. Also ich kann nur so viel dazu sagen, dass ich auf Definitely Typed, also für dieses Projekt vor allen Dingen speziell, fast die gesamte Type-Definition neu geschrieben habe, weil da ganz, ganz viele Sachen waren, die nicht so ganz richtig waren und vor allen Dingen aber auch noch Sachen dazu kamen, dass Definitely Typed mittlerweile deutlich höhere Standards hat, an die sie auch quasi setzen will. Und ich habe eben dann den Commit nicht nur so gemacht, dass ich die fehlenden Sachen, die ich unbedingt brauchte, noch eingesetzt habe, sondern auch versucht habe, deren Linting und alles Mögliche ja wirklich auch zu erfüllen. Das hat schon was gedauert. Das war nicht ganz ohne. Das waren bestimmt, also da saß ich zwei Wochen, da sagen wir mal eine Woche etwa dran, aber ich hatte Urlaub so ganz nach dem Motto. Das war schon, ich habe mich da auch um fast nichts anderes kümmern können. Mich wollten nachfragen, auf welcher Leaflet-Version basiert das jetzt? Ich glaube 1.03, aber es kann auch 1.02. Also auf jeden Fall einer der ganz aktuellen. Aber ist prinzipiell auch, weil sich da dann zwischen 1.03 und 1.0, nee, was ist es, 1.02 und 1.03, oder ist jetzt sogar 1.04, weil sich da hat sich nicht so viel geändert. Ich gucke regelmäßig nach und ziehe einfach die Version hoch. Und da wir halt eben auch so viele Software-Tests gemacht haben, kann man das zum Glück relativ leicht und schnell herausfinden, ob es da Änderungen gab. Ich versuche halt eben genau aus dem Grund auch möglichst immer auf der aktuellsten Version zu sein, weil ich denke mal einfach, wenn man da 10 Versionen verpasst, sitze ich dann nachher doch wieder in meinem Urlaub eine Woche dran, bis das es dann funktioniert. Weitere Fragen? Ich hätte noch eine. Warum habt ihr euch für Leaflet entschieden und nicht für Open Layers? Wir haben uns vor einigem für Leaflet entschieden, weil für gerade mobile Geräte, für die wir das hauptsächlich nutzen wollten, die Performance deutlich höher ist. Also würde ich schon auf jeden Fall sagen. Anfangs war es natürlich auch noch früher, hatte ich mehr Leaflet benutzt, weil Open Layers 2 relativ schlecht natürlich für Touchgesten und Ähnliches war. Das kann man aber jetzt seit Open Layers 3 definitiv nicht mehr sagen. Aber mir fallen da schon noch gewisse Unterschiede in der Performance auf. Und ich mag als Entwickler lieber den Ansatz, dass ich ein kleines Framework nehme und das mit Plugins erweitere, als dass ich ein großes, sperriges Framework nehme, was zwar mehr kann, als ich will, aber einfach nicht so performant ist. Der Funktionsumfang von Leaflet ist da völlig abgedeckt in Leaflet NG 2? Ja, quasi, also so wie ich gerade eben meinte, was nicht abgedeckt ist, sind eben solche Klassen, die prinzipiell nichts direkt mit der Darstellung zu tun haben. Also den Marker zum Beispiel haben wir umgesetzt, den Punkt nicht. Den Punkt übergibt man ja als Attribut dann an den Marker. Aber wir sind Stück für Stück die Dokumentation quasi von Leaflet durchgegangen und alles, was man darstellen konnte, haben wir auch noch umgesetzt. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, was ich vielleicht auch noch bin, bis zum Release noch ändern wollte, ist die Möglichkeit ein Spatial Reference System zu ändern. Das würde gerade nicht aus der Directive heraus funktionieren, würde aber sehr wohl aus Leaflet quasi prinzipiell funktionieren. Aber wenn ich da noch es schaffe, ein CAC mitzugeben aus der Directive direkt als Attribut, wäre auch nicht schlecht, aber ansonsten ist meines Wissens eigentlich alles, was man zumindest nutzen kann, auf der Karte selber umgesetzt. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann vielen Dank an die beiden Herren von der Werkgroup. Okay. Gut.